Danke, dass du gekommen bist. Wichtig ist, eine eigene Familie zu haben, eigene Kinder zu haben, denen es wirklich gut ging. Weil ich finde, jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe, Sicherheit und Freiheit. Und durch das, dass ich eben nicht ich selber sein durfte, nicht sicher mein Leben, meine Kindheit war, dass ich eben das meinen Kindern bieten will, Freiheit, Sicherheit. Und ich glaube einfach, deswegen ist es mein Big Rainbow Family Dream, kannst du das verstehen, dass du dann einfach sagst, du willst irgendwie was reparieren, indem du es bei der eigenen Familie, bei den eigenen Kindern richtig machst. Du hast auch so eine tolle Tochter, du bist so ein Vorbild für mich. Und ich mag sie sehr und dass du mich ein bisschen verstehst, warum ich so bin, wie ich bin. Und warum ich die Jungs sehr gut verstehe und warum ich mich auch für die Jungs entschieden habe, weil jeder irgendwas widerspiegelt, was ich bin. Sehr verschieden und okay. Oh Gott, ich glaube, ich bin ein paar Fälle. Ich bin ein paar Fälle. Ich bin ein paar Fälle. Ich bin ein paar Fälle.